ja leute da bin ich mit eurem t-shirt und heute auf meinem kanal und ja wir sind mit darunter im letzten video haben wir mit darunter gegen virtual camp obwohl ich auch das zweimal verloren habe und ja und auf einmal ist der nero mit seinem dämen gestalt vorgekommen also ich finde man schon leute und ich hoffe und das ist jetzt mal das letzte video mit 20 weil die letzte mission ist ja und ja das ist die letzte video und ich denke mal ich muss mit dem nero gegen sein äh sein vater kämpfen telefon nero 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 Du bist wieder auf dem Weg zu gehen. Du bist wieder auf dem Weg zu gehen. This is curious. Nero. What form of power is this? What the hell? This ends. Right here. Listen to me. I told you already. This is not your... You listen. Dead weight. I won't let you kill each other. There are other ways of settling your differences. I'm putting a stop to this sibling rivalry. You came all this way just for that. Virgil. V. Whatever you call yourself. Dante's not gonna die here. And neither are you. Do you have a problem with that? Not gonna die my ass. Oh. That bitch slap nearly killed me. If I beat Nero, then by default, I beat you. Agreed, Dante. Whatever. I don't really care. I'm just gonna sit this one out. When this is over, I'll make you submit. Father. Father. This is like father. This has nothing to do with that. Are you with me? It has everything to do with me. Seriously? Ja, das ist so schön. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du hast eine Bistie. Ich bin ja, ja, Bistie. Du hast eine Bistie. Du hast eine Bistie. Du hast eine Position, ja? Interessant. Oh, brother. Du hast dein eigener Sohn's arm für mehr Kraft. Und du hast noch nicht verloren. Oh ja. Er ist richtig, verdammt. Der Unterwelt ist weg. Wir müssen etwas machen, bevor es zu früh ist. Oh ja. Er ist richtig. Wir müssen diesen Portal abknappen. Hey, du hast gewonnen, so. Du hast besser gesagt, was er sagt. Ich kann noch nicht kämpfen. Aber wenn diese Rüten weiterentwickeln, dann wird es einfach mit unseren Geschäft. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, was ich zu sagen habe. Das ist das Wichtigste. Better hurry auf. Wir haben noch eine gewisse Sache. Evidently. Wait, woher geht's? Wir brauchen die Rüten von der Unterwelt. Dann werden wir den Portal mit einem Yamato. Hang auf. Wenn du das machst, kannst du nicht zurückkommen. Warum glaubst du, ich gehe? Jemand muss einen Augenblick auf, der Mann. Du kannst nur nur erwarten, dass ich hier bleiben, während du beide gehen kannst. Es ist weil du hier bist, dass wir gehen können. Wir glauben, dass du dich mit Sachen auf dieser Seite gehen kannst. Kapisch? Mach hast, Dante. Ja. Ich weiß. Warte. Hey, warte! Auw. Ja, Nero! Thank you, Nero. Nero! Nero, 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 nero. okay I won't lose next time Hold on to that until then Idiots. Ihr Idioten. Ah ja. Ach ja. Immer schön zu sehen, wie die beiden zu kämpfen, die Brüder Oh, wie oft habe ich es schon weiß, dass wir nicht lange Kämpfer haben. Neu Stunden später, oder? Oh, hey. Ich bin noch in schock. About what? Uh, duh. Dein Arm? Oh, die the hell hat ein Arm back? Es ist einfach weirrt. Es ist wie ein Lizard-Tail oder so. Es ist einfach weirrt. Ich bin noch nicht, es ist einfach weirrt. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Es ist ein Zeichen. Es gibt ein Zeichen, ein Zeichen, ein Zeichen, ein Arm ist wieder. Es ist ein Zeichen. Du wirst wie viel Liebe und Wunschung in den Geistreisen? Nein. Nein. Mit diesem Arm... Es ist schön. Also, wie fühlt sich das? Wie fühlt sich das? Er schützt den Mann, der hat seinen eigenen Vater. Ich hörte, Dante hat Vergil einmal. Das ist egal. Sie sind beide weg. Es ist egal. Es ist egal. Es ist egal. Wenn du nicht, Nero, über eine Verlust... Es macht dich nicht ein Lachen, Baby. Es macht dich eine kleine B***, doch. Da ist es. Du denkst, ich bin ein Dämon? Ich habe nicht lacht, wenn mein Vater stirbt. Aber... Ja, ich weiß, ich weiß. Ich wäre nicht hier ohne ihn, das ist ein biologischer Fakt. Genau. All ich sage ist, der schwerer Mann. Es ist okay, wenn du dich wirst. Ich bin nicht wütend. 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 Du sagst es. Hey, QtA. Ja, ich komme zurück. Ja, ich will nicht wütend. Aber ich habe eine Überraschung für dich. Oh ja, er hat eine große Überraschung. Ja. Ja. Oh ja. Das fühlt sich gut. Oh ja. Oh ja. Das fühlt sich gut. Das esté wichtig. Das klappt auf. Bill 22. Du basest auf Das ist beim Vers 來. man sieht Krochen開atet Oh wow. .: Leute, du wirst nichtppl. Nun wird endlich verd Aber die Wucke ist immer richtig geil. Die Wucke ist immer richtig geil. Ah, aber die Red ist doch, die Kälte ist echt, echt unangenehm. Also als heute sieht er echt, echt richtig geil aus, so bunt, so schön. Ja, echt schön, aber noch was mit den anderen zwei Brüdern überhaupt. Oh, ne Spade runter, das ist geil, oder? Ja. Wie dem Baum, ey. Na ja, nicht ganz, oder? Was die beiden da unten gemacht haben, das weiß ich gar nicht. Ach ja. 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 Hm. Nichts, was die? Kita enden. Jo? Du bist doch nicht. Du bist doch nicht. Das ist ein guter Typ. Das ist ein guter Typ. Oh, die ist gut. ja, ich glaub, man, das ist groß, ich bin so groß, du kennst. Ich bin so weit dabei, die wir jetzt zwei aus, die anderen Teile, die laufen. Ich bin so weit, ich bin so weit. Und ja, ich kann auch noch oft schwammeln. Aber ich bin so, die wir auch noch oft am Tag. Ich hab' jetzt noch halt gelegt, so und so drückt es hier. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich habe mehr als du, Dan! Ready to set the beat virtual? Oh Mann, ey! Also, ja! Ich glaube, das war so gut. Ich habe das echt Spaß gemacht. Also, mehr Spaß als die anderen Teilen. Und, ich sag mal so, das ist, äh... Teilfilme weiß es für mich als der allerbeste Teil hier. Boah... Kann ich das überspringen? Ja, kann ich. Ja, ich werde die ganze Kredite einfach durchlaufen lassen. Ähm... Ich sag mal so, das ist einer der besten Teil für mich. Und... Ja... Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Okay... Ein paar Wochen später... Naja... Wow... Keine signen von ihnen. Nichts. Hmm... 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 Ja... Dann kann ich das Haus haben? Weil ich denke, dass es fast Zeit für mich zu setzen. Hmm... Nein... Ich glaube nicht. Ich bin sehr gut. Oh... Oh... Ich liebe dich zu spüren, meine Damen und Herren. Aber das ist nicht passiert. Was sollst du sein? Was sollst du sein, Morrison? Ja, genau. Die Miete sind nicht gratis. Hahaha... Da hast du recht. Ich bin recht, Morrison. Da ist doch recht. Ah, da bekämpft die beiden immer noch! Ich bin recht. Ach, komm. You know, I'm starting to think, this is never gonna end. Wird es auch nicht. Maybe. We get plenty of time. Ja ja. Ja ja. Don't you dare say it, chatbot. Ha 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 ha. Er hat Trottin gesagt. Red show. Er hat Trottin gesagt. Check pot. Ja, das war's dann auch. Los geht's. Ja, hab's schon, äh. Ohne Kugel. Ein weiter Versager vom Vater. Ja. Da ist du recht. Oh, wie sieht die Sky aus, das Bild. Äh, ja. Leute. Ja, das war's dann auch mal wieder. Ja, das ist auch alles von mir vorbei. Schade eigentlich für mich, das ist eigentlich schade. Und... Jo. Ja. Aber... Ich hoffe, ich hab schon alle Monsterauten aufgeschaltet. Äh, freigeschaltet. Hoffe ich mal. Ja, das haben wir noch schon. Ja, das kennen wir noch schon. Oder wie dieser Modus so und zwar das. Äh, den Modus werde ich nicht spielen, aber ich würde euch gerne mal was zeigen. Vielleicht hab ich doch was Neues bekommen, irgendwie sowas. weiß ich nicht. Gucken wir mal. Äh, ne. Äh, ne. Oder? Wo war's denn? Ja, hier. Ach ja. Warum ist das ja gar nicht drin? Ja, irgendwie komisch. Ja, mit Virtue. Ich hab auch alles Tee gemacht. Alles Tee. Äh. Für den Verlass mag ich nicht in der Galerie. Haben wir was Neues? Gucken wir nicht sowas? Keine Ahnung wie. Ich guck mal nach. Gerichte. Charaktere. Ne, das ist halt nur die, äh, die Charaktere, wo du mal gespielt hab. Okay. Der Gegner. Ah. Ah. Ja, und hier ist doch mit den ganzen Fotos, ja. Weil beim Menschen hat es gar nicht, äh, gegeben. Weil ich es auch ein bisschen komisch finde. Aber, ja. Hier bekomme ich ja alles. Äh, weiß ich, was ich überfosse. Ja, habe ich auch ein paar Bilder bekommen. Äh. Komm, wir sind ja zwei mal gleich ins Spiel. Na dann. No Vati. so ist das der richtige pflanze da ja ja das ist der hirnkund komisch das sind nicht die zwei ja das ist kein foto bekommen habe keine ahnung warum date ok ok alles ja die die werte naja die treue von kein zeig so die zeit nur ich hab glaub ich hab hier alles oder 3 gleich mal ich hab alles zwei fehlen mir noch keine Ahnung, aber... aber anzorten anzorten ja die über 26 kommt vielleicht bald ich hoffe, dass wir das machen von Capcom und ja, bin gespannt, wer die Charaktere sind aber ich denke, dass das Date und Wörter sind und man hat das gehört, dass man die Lady und äh zwischen neuer Mission gibt ich denke mal, dass das mal äh das die beiden mal zu bekämpfen Gott, Leute, ich danke für's zusehen, ich hoffe, dass euch spart mit mir zu zusehen und gibt noch einen Mai äh über jeden Bereich mich nicht so freuen ja, und ich denk mal, wir werden mal im nächsten äh im nächsten äh ja ja mit wird schon mal äh durchspielen ich hoffe, ihr seid mein nächstes Mal dabei und also ich sag euch mal was ich wünsch euch was, Leute und wir sehen uns bald wieder also bis dann und ciao, ciao, Leute äh